Willkommen zu meinem Let's Play von DAISY mit Marco und nun der vierten Episode. Genau, wo wir gerade in Lectro sind und diesmal mit einem Gastkommentator von Micha, der momentan da, wenn er in einer Skype-Konfi sind. Ja. Sag mal Hallo, Micha. Hallo. Genau so. Ich finde auch sehr schön, wie hier alle Fenster immer eingeschlagen sind. Normalerweise, gell. Ähm, okay. Gehen wir weiter. Aber vorsichtig, Kigan. Nicht jetzt hier verrückt werden. Nicht zum irren König werden. Das hätte ich nicht anschaut. Hat mir nicht gesagt, wir wollen hier was für uns. Das ist so gemein. Wanderhose. Naja, ist immer ganz schön. Wie schon gesagt, ich wollte diese Elefanten. Ja, die Elefanten. Aber wir spoilern jetzt Kilians wenige Zuschauer hier. Mit Game of Thrones Spoiler. Nein. So. Wir müssen es ja gar nicht aus Game of Thrones Spoiler hinzeichnen. Wir können ja auch sagen, es ist ein Headerieke Spoiler. Äh, wow. Na, hm. Ich glaube, hier ist nichts, Lilian. Wo sind wir hier? Falscher Ausgang. Deine Frauenstimme verunsichert mich immer noch. So, Moment mal. Äh, das will ich haben. Mal zerkleinern. Mit dem Jagdmesser. Stofffetzen herstellen. Wie schnell machst du das? Ist das realistisch? Naja, Stofffetzen herzustellen, ist jetzt nicht so viel Arbeit mit einem Jagdmesser. Äh. Hm. Also hier kann man es vielleicht sogar noch als realistisch sehen. Zumindest sehe ich das jetzt keine Zombies. Der Essprozess ist auf jeden Fall realistischer als ein anderes Spiel. Das dauert schon eine ganze Weile, bis du was aufkriegst. Ui, trinken. Trinken? Schon weggenommen. Die gute Säure. Wieder dieses Monkzeug. Die gute Säure. Ja. Die gute Säure. Die sehr gute Säure. Warum müssen wir eigentlich lang, um zu den Hochhäusern von Dings zu kommen? Rekt? Ich denke in dieser Richtung. Ich sehe dich gerade gar nicht mehr. Du bist. Oh, ich muss es mal in Uhrzeiten beschreiben, wenn du hier... Ey du, ich bin hinter dir! So. 12 Uhr gesehen, von meiner Sicht. 12 Uhr? Von meiner Sicht aus gesehen. Ja. Ich denke da müssten irgendwo die Hochhäuser sein in der Ferne. Hör da mal hin. Langsam. So, hier ist irgendwie so ein Stromkasten-Dingsbums. Hm. Ach, was ist denn hier? Oh Gott, hier ist ja gar nicht... Doch, Steakmesser. Willst du ein Steakmesser? Pst, nee. Nein. Was, es gibt so ein Steakmesser? Es gibt sogar Steakmesser. Bescheuert. Was gibt's da alles für ein Messer? Das ist ein Küchenmesser, ein Jagdmesser, ein Steakmesser? Ja, natürlich. Was denn auch sonst? Es gibt auch Menschenfleisch. Kann man das essen? Ja. Kieran, mach aus der Capri-Hose hier. Will. Willst du brauchen. Wenn ich dir dann schön zum Kannibalen... Was hast du gesagt? Mach aus der Capri-Hose mal Stofffetzen für dich, Kieran. Wir sollten da nichts an Mangel haben hier. Was brauchte ich denn noch mal? Jagdmesser, hab ich. Du musst das Ding in die Hand nehmen und dann kombinieren machen mit nem Jagdmesser. Oh, ich kenne mich ja mit modernen Waffen nicht sonderlich aus, aber ich hab ja ne FX-45, Micha. Ich kann damit nicht anfangen, sorry. Ja, ich auch nicht. Aber gut, das ist irgendeine Schusspistole von daher. Damit kam ich ja näher, was du anfangen. Halbautomatische Schussball. Sehr gut. Hier liegt ja was. Ne Machete. Nehmt mal mit hier, oder? Komm. Ich werde jetzt zu einer gewissen Arena, nicht wahr? Ja. Mhm. Scheiße. Oh. Super. Ich würde dich lieber... Erstes Zombie. Außer wir greifen ihn gezielt an. Ne, 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 ne. Das lassen wir mal. Lass uns hier irgendwie den Zaun überqueren. Shit. Da kommen wir aber auch nicht so leicht vorbei, oder? Vielleicht merkt er es nicht, wenn wir hier vorbeikriechen. Ich hab übrigens kein Beil mehr. Ich weiß nicht. Ich hab's irgendwo verloren, scheinbar. Oh, da ist es wieder mal schön despawnt. Mal gucken, was hier drin ist. Hallo. Mach die Tür übrigens hinter dir zu, Kilian, weil wir wissen ja nicht. Oh, ein Kochtopf. Den musst du mitnehmen. Den brauchen wir. Ich hab einen Platz. Ne, ihr braucht keinen Platz. Der ist wichtig. Wir brauchen den. Oh Gott, den bring ich niemals rein. Ich weiß nicht, was ich dafür wegschmeißen soll. Den brauchen wir doch. Versuch mal Platz für den zu finden. Der ist echt wichtig. Weil mit dem können wir relativ früh was kochen. Das macht uns, äh, mehr Sättigkeit und so. Äh, Pantherhose. Ist irgendwie nichts sonderlich viel Interessantes. Oh Gott, hab ich doch mal reingeregt. Hab ich gedacht, dass ich da noch Platz kriege. Wir müssen ein Lager wirklich mal aufbauen, Kilian. Vielleicht sollten wir hier im Süden irgendwo im Wald tatsächlich auch mal... Ich hab einen Tarn, Neitz. Müssen uns nur die Stände dann merken. Das müssen wir für dich recht tun. Hier daraus kannst du wieder Stoff fetzen für dich machen. Oh, je, je. Immer so wie Stoff fetzen. Wir können uns das Leben nochmal retten. Okay, jetzt sind langsam zu viele Stoff fetzen bei mir. Okay, dann sammeln nur noch die saubersten auf und den Rest kannst du dann wegwerfen in der Zeit. So. Gehen. Hast du das gehört? War das ein Schuss? Das war ein Schuss meiner Ansicht. Wo bist du, Marco? Ich bin hier, an dem Haus. Lass uns reingehen, drin haben wir bessere Chance. Siehst du mich? Das war einheitlich ein Schuss. Kommt der näher? Ich hab keine Ahnung, ich habe nichts jetzt gehört. Es hört sich noch ziemlich distanziert an. Es wird wahrscheinlich im Zentrum sein. Alter Schwede, Leute, die Anspannung steigt an. Es geht wieder los. Das erste Mal geht's richtig los. Oder näher? Ich hab keine Ahnung, ich habe nichts jetzt gehört. Es hört sich noch ziemlich distanziert an. Es wird wahrscheinlich im Zentrum sein. Alter Schwede, Leute, die Anspannung steigt an. Es geht wieder los. Das erste Mal geht's richtig. Kartoffel. Ich hab ne Kartoffel gefunden. Bin ich jetzt das Kartoffel-Mädchen? Gib's die Sascha. Ja. DR-75 liegt hier herum. Was kann die denn? Was ist das? Neun mal neunzehn Millimeter Pistole. Kilian, ist das nicht dein Zeug? Wenn ja, da findest du was. 15 Schuss, CR-15. Die Waffe liegt hier in der Ecke. Vielleicht brauchst du die ja. CR-5. Ah gut, ne, die hab ich doch schon. Die hab ich schon. Ne, ich dachte vielleicht ist da ja irgendwas, was du brauchst oder keine Ahnung. Mhm. Bedenke, irgendjemand schießt hier rum. Ja, das ist das Gefährliche jetzt daran. Alter, wieso krieg ich meine Primärwaffe nicht? Jetzt auch. Mein erstes Weltkriegsgewehr. Traurig, dass das meine Primärwaffe ist. In welchem Jahr ist das überhaupt? In der Gegenwart. Gegenwart, Post-Apokalypse. Also jetzt, okay. Hier ist wieder ne CR-75, willst du die haben? Ja, die kannst du den Zombies zuwerfen. So, bist du geöffnet, ist immer gut. In's Hotpants, willst du Hotpants anziehen? Nö. Hier ist nicht, was soll das überhaupt? Warum sind alle Türen versperrt? Hm. Was soll der Schwachs? So macht man sich's leichter. Naja, so macht man sich's leichter als Programmierer. Hast am Ende doch kein großes Gebäude. Obwohl das eigentlich groß sein müsste. Das macht übrigens Seven Days to Die besser. Da ist auch wirklich alles begehbar. Oh shit, wo gehen wir denn jetzt hin? Zentrum ist in dieser Richtung. Zwölf Uhr. Was ist der Nichtbegeber? Das ist jetzt ziemlich blöd, finde ich persönlich. Wir waren gerade in so einem älteren, dreistöckigen Haus oder so. Und du kannst halt nur bestimmte Zimmer betreten. Die anderen sind barrikadiert und du kommst auch nicht rein. Du kannst das auch nicht durchbrechen oder so. Das finde ich irgendwie... Bescheuert. In Gothic haben sie es einfach so gelöst, dass man für manche Räuber einen Schlüssel braucht. Und in der gab's nicht. Also ich kann mich, glaube ich, an eine zu erinnern. Die konnte man nicht aufschließen. Das war lustig. Naja. In Seven Days to Die kannst du wirklich alles. Mit allem interagieren. So wie in Minecraft. Naja, mal schauen, ob ich hier was oben ist. Nur, dass die Grafik besser ist, als in Minecraft. Ja, voll gute Grafik, finde ich, Minecraft, oder? Ja, ja, ultra gute Grafik. Eieieieiei. Hier ist wieder mal nichts, Kilian. Wir sind in Elektro. Ja, in Elektro ist nichts. Weil irgendwie fast jeder zweite Raum verschlossen ist. Ja gut, ich glaube, ich gehe. Aber dann doch, wir haben jetzt schon eine Uhr. Ach, so lange machen wir auch nicht mehr die Aufnahme. Wenn du willst, kannst du noch dabei bleiben. Wenn du jetzt schon dabei bist. Ach, so lange hast du eingeplant. Ich weiß nicht, ob ich so lange bleibe. Also, ich habe, also, das würde ich auch nicht machen. Ich glaube, ich würde dann jetzt auch gerne pennen gehen. Ich glaube, das musst du doch mal umdenken, Kilian. So lange bleibe ich glaube nicht mehr. Ja gut, ich sage dann auf jeden Fall mal ciao. Ja, ähm. Okay. Jo. Bis dann. Bis dann. Es liegt hier schon wieder dieselbe Waffe herum. Ich würde sagen, ich mache noch maximal bis halb. Ich würde jetzt sagen, ich will nicht zum Helgo-Tier mutieren. Das mit dem seitlich schauen und so, das wird bei mir noch ein Spaß für sich werden. Wo lang? Da? Hier ist die Tür. Boah, das tut mir gerade schön. Waren wir hier schon drin? Ich glaube, hier waren wir schon drin, oder? Ich glaube, ja. Bist du, Kea? Aber hier waren wir noch nicht. Toze, in der Papier drin ist. Hey. Das ist ja auch gar nichts Sinniges. Hier, ne weiter da hinlang. Gibt's nur guten Loot. Zum Beispiel, da wollen wir lieber nicht hin. Woher kamen die Schüsse her? Einfach so tun, als wäre nichts gewesen. Ich glaube, wir müssen fast einen angreifen. Ach, schau. Das sind ja auch schon Zombies. Jetzt werden hier immer mehr. Waren wir schon in diesem Haus? Keine Ahnung. Bisschen Zeit überbrücken. Mal gucken, ob wir schon waren. Oh Gott. Lass das mal. Gut sein. Zu spät. Shit. Hier, du musst die töten. Ich habe keine Waffe. Wenn ich... Toll, ich bin infiziert. Wir haben ein Medikament. Lass uns ins Haus gehen. Hier draußen würde ich das nicht machen. Bist du infiziert oder hast du nur ne Blutung? Jetzt habe ich keine Blutung mehr. Und bist du aber noch infiziert, oder wie? Ja. Dann komm mal ins oberste Stockwerk. Pfff. Du hast doch eine CR-75, oder? Ja. Was ist das für ein Magazin? Ja, ich habe ein Magazin drin. Ich lege dir trotzdem eins hier hin. Da sind noch sechs Schuss drin. Ich habe das hier in dieses Hemd gelegt. Mhm. Ach, Plus bedeutet immer, dass was drin ist. Ja, das habe ich dir auch schon gesagt. Ähm. Kann ich jetzt das erhöhen? Kombinieren? Ach so. Aber wie kann man ein Magazin auffüllen? Wunder dich übrigens nicht. Ich lege hier gerade. Das kann ich dir auch nicht sagen. Versuch es mal herauszufinden. Ich muss währenddessen mal mein Inventar ein bisschen ordnen. Ich habe viel zu viel Zeug dabei. Shit, die passt hier nicht rein. Inventar ordnen ist auch eine sehr wichtige Sache in diesem Spiel. Wie macht man es? Du musst das Magazin in der Hand halten. Ja. Und dann musst du es wieder zurücklegen und dann damit nachladen. Okay. Okay. Okay, äh. Ich muss hier unbedingt Platz schaffen in meinem Inventar. Okay, jetzt habe ich 15 Schuss mit der. Ich möchte nicht das Magazin leeren. Okay. Okay. meine güte inventar hantierung ist kompliziert so jetzt würde mich interessieren wenn ich die jetzt rein tue und jetzt hier diesen kompass in die hand nehme den muss ich nicht öffnen ich glaube mir gefällt der alte kompass besser der alte gefällt mir